Musik 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 Nächster Halt Schlesingerhof Musik 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 Da ist der Matthias Schröder, der Kanzleiter von Schlese. Ich bin gerade in Kufstadt unterwegs, weil ich habe unsere neue, kostenfreie Linie getestet. Wir sind heute mit dem Bus gefahren. Jetzt auch. Schön war's. Einen Tag Kufstadt, aber es ist auch super, schön wieder daheim zum See im Schlese. Es ist einfach der schönste Platz auf der ganzen Welt. Aber ein Tagesausflug, sauber ist auch. Können zum Haus probieren, aber dann wiederkommen. Ciao.